Sie sehen einen Film einer Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus. Sie sehen die Horloff-Talbahn zwischen Wölfersheim-Södel und Friedberg. Diesen Film können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen. Auf www.rumsenden.de Die Musik ist vom Kraftfutter Mischwerk. Diese Titel stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz im Internet. Die Lizenzinfos und die Download-Links zur Musik finden Sie zusammen mit dem Film auf www.rumsenden.de Dies ist ein Film von Gregor Atzbach. Ein Dank geht an die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen, die regelmäßig Sonderfahrten mit historischen Schienenbussen unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden gibt es im Internet auf www.oef-online.de www.oef-online.de Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Wobei ihr werden aufgédetet! Das ist eine gute Fahrt. Hier gibt es eine kleine grain heraus, die wir Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Sie sahen einen Film von NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Mehr Informationen zu dem NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.